hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von osks must die 2 heute wieder bei der gute michael wir haben jetzt die erste kampagne durch das war feuer und wasser jetzt die man bei familie banden familie bande so rum und die erste map heißt gleich schon mal rush hour starten wir gleich mal rein in die wilde ludsee in den geschmiergelten aal gespannt was diesmal ist vielleicht ganz viele und wir haben wir zwei einen schmalen gang wo wir bewachen müssen es sieht doch noch was aus oder gut dann würde ich sagen wir mal zusammen ich meine pump kann wo wir mit dies wichtig das ist wichtig rolle sumpf trolle auger armbruchsschütze die gepanzelt knolle sind ja okay dann nehme ich würde meinen lieblings mit ist nämlich mit die speerfalle für den boden nämlich mit ob ich noch irgendwas vergesse eigentlich ob ihr mit dem rakete werfen aus dem kopf der was bringt okay die decken hängen alle zu hoch bis auf hier unter der schwingenden keule und zweimal jetzt haben wir noch und denen einmal zweimal jetzt habe ich noch drei hunderte dann setzen wir gerade so hin so ich werde dann soweit ready das ist ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit nicht auch für die zeit für ein gemetzel sie wollen sie durch nicht nicht aber Ja, die Knollen sind gleich wieder ekelhaft. Eih, mal gucken. Hast du noch ein paar Highlighted zwischen dir jetzt schon? Gut, stimmt. Nein, gut, aber... War jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, ist jetzt sau schwer. Ich liebe diesen Job. War einer Meinung. So, gehen wir noch die andere Seite jetzt gleich ein bisschen verstärken. Ja. Die kommen von beiden Seiten. Und ich komme auf die andere Seite. Wams. Oh, das sind eure Highlighted zwischen dir. Pass auf. Na, das ist schon ein bisschen. Aber es war mal ein Heiler. Ja, die Knollen der Hürre. Jo, der war gut. Geht den. Gleich muss der Highlight wegfallen. Wie das er ist. So, dann verstärken wir das hier noch ein bisschen. Zeit für ein Gemütze. Jo, bei mir kommen sie auch schon mehr an. Also kommen wir auf beide Seiten. Ja. Bis jetzt, da geht's ja noch, finde ich. Kann ich teuer. Ich weiß nicht, dass es übel ist. Ah, okay. Der Raketewerper geht über Mana. Deswegen ist der Netz erfüllt uns. Hey, Heiler geht weg. Pass auf, bin er der? Gut. Die Highlighten hatten halt ein bisschen dazwischen, weil sie siehst du nicht gleich. Das stimmt. Ja. Ja, die Paladine fallen jetzt halt bei uns. Du blöder Heiler. Blöder Heiler. Immer Schäkler auf der Heiler gehen. Okay, das sind so viele Heiler. Die heilen sich gegenseitig hoch wie die Blöde. Ja, das stimmt. Irgendwie bin ich richtig gut. Jetzt aber. Duftet, 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 wie es duftet. Neun Runde haben wir, okay. Na ja, wo kommen sie jetzt? Achso, ich muss gehen drücken, sorry. Ich muss aber auch, also alles gut. Ich muss da auch gedrücken. Ich muss da auch gedrücken. Das soll denn gut für seinen Säurehaushalt sein. Okay, da kommen jetzt höre, äh, die stehen schon immer wieder zwischen die Jungs. Aber die Kwanze der Orks machen Auer. So lange jetzt kein Knolle oder sowas dazwischen sind, ist es hier noch in Ordnung. Oh, du hast ja Oger bei dir dabei gehabt. So, und da wird einer. Einfach abhauen. Frech, frech, frech. Ja, es wird jetzt krass. Das wird schon übel. Ja, ich glaube, ich muss so ein paar Balladine. Nur schwören. So, das sind die letzten Oger. Ich kann's ewig so weitermachen. So. Brauchst du Heil? Oh, ne, ich brauch eher Heilung. Wo geschützt ist denn die zwischendurch diesmal? Nein, die Bogenschütze sind halt nicht... Oh, Oger, Vorsicht. Oger weg, Knolle noch. Au. Ich mag die Knollenjäger nicht. Ich bin mir zu heftig. Und jetzt bin ich zu schnell vor allen Dingen. Ach, jetzt müssen wir es dann. Uff, doch, close. Okay, es werden nicht mehr, also es ist immer wohl ein Weg. Ja, das stimmt. Ich versammle mich jetzt da alle. Kuscheltreffen oder so. Ja. Alle in der Mitte halt fest, alle in schmale Gang. Durch diese hohle Gasse werden sie kommen. So in der Art, ja. Hier. Ich gucke morgens ein bisschen die Highlighter dezimiert krieg. Highlighter nerven aber extrem. Die sind schon nah dran. Oh, der Klei reißt es mich. Oh Gott, der Ende Knoll ist schon mal weg. Alter, warum hat denn der Oger... Der Oger wird die ganze Zeit geheilt. Okay, wenn in der Nähe vom Riss-Ausgang steht, ich werde ich 8 geheilt. Ah, stolz. Stimmt. Ja gut, das hätte man früher wissen müssen. Geschüttelt und gerührt. Außerdem erstochen. Das hat auf jeden Fall einiges... Leichter gemacht, meinst du? Erleichtert, ja. Der Feind ist da, wo du nicht bist. Ja, wir haben schon mal eine Knolle dazwischen. Ja, ich sehe es. Böse, eklische Knolljäger. Okay, Trolle. Ein Faladin ist gefallen. Ein Faladin ist gefallen. Ja. Boah, die kommen jetzt allebei ganz schön gut zusammen. Na ja, dann haben die Fallen wenigstens einen schönen Effekt drauf. Ja, bei mir bringt es halt Lust, was, wenn ich die Granate rin schießen kann, aber ich habe zurückgekehrt einen Mana. Das ist mal nicht so gut. Aber ich habe jetzt ja Mana geholt, also. Anpasst es, ja. Sehr nett durchgeflitscht bei dir? Nö, nö. Ein Faladin ist gefallen. Ein Faladin ist gefallen. Die Trolle ist halt extrem lang, diesmal. Ja, kein Wunder will, wegen den ganzen Heilviechern. Nö, da wollte gerade einer. So. So, ey, Troll ist gleich tot. Die sind schon nah dran. Also, ey, Troll, und jetzt muss ich nur noch 100 Ballerer. Da schaffst du. Da schaffst du. Ja, Gott sei Dank. Werbe Geburt. Ja, das ist auf jeden Fall. Wie Baldrian. Aber für Orcs. Du, 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 du. So, hier noch ein bisschen. So, ich habe nichts mehr. Von mir aus können wir wieder starten. Ich gehe dann auf die andere Seite. Oder willst du hierbleiben? Na, passt schon. Ich gehe. Noch zwei Runde, da haben wir es. Ei, ei, ei. Nämst. Ab in die Falle. Ab in den U-Klapp. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So sieht's aus. Schön, wie er ist, aber schaff. Ich hab im Moment keinen Urlaub. Ja, das ist natürlich. Jetzt bist du dumm. Schön. Oh, wir kriegen noch extra Schädel. Hm, Schädel. Wenn nicht drauf kämen. Jetzt haben wir schon. Äh, die Highlight, die geben sich gut in Spider-Ener. Ah, das ist so ein Knoll dazwischen. Ein Knoll. So, greift den Highlight an. Ja, ich schieß schon die ganze Zeit Richtung Highlight, auch mit Granate-Gruppen alles. Also, er liegt, aber der stimmt nicht so einfach. Ah, hat Ihnen das gefallen. Ach so, man muss noch halt Geschütze auswerfen. Was ist das schon? Ja, das ist fertig. Oh, wie süß. Ich werde sie Stop-Sie nennen. Legen wir los. So, nächste Runde. Letzte, nein, vorletzte Runde. Die haben das Recht zu schweigen. Oh, oio, balu. Oh, oio, balu. Ihr trifft mich doch alle nicht, wenn ihr seid alle betrunken. Du, du, du. Ja, das würde ich hier auch gerne behaupten. Aber die sind alles gepanserte. Jo, weiter geht's. So, jetzt kann ich dann nämlich zurückhallen um die Ecke. Jetzt sind sie alle bei uns zusammengerottet. Komm, geht in die Falle rein, Tank. Ja, die Falle machen schon gut, schade. Was ist meine, die kleinen Mager in die zu malen machen? Ja, ja, die gehen rein. Ich musste die ein wenig reindrücken. Einfach in die Nähe schubsen. Ja, ich hab sie da hingeschoben. Ach, nein. Haben wir es jetzt zur Woche? Jo, nächste Runde. Ich bin bereit. Bereit, zählen, Feuer! Zeit für ein Gemetzel. Eiger. So, ich habe auf der einen Seite auch noch ein bisschen was gesetzt. Oh, okay. Ja, das könnte jetzt ein bisschen böse waren mit Oga. Oh, das hat sich erwähnt. Ein Beispiel habe ich bei mir und bei dir. Oh. Ja, ich versuche gleich die Heiler. Ah, jetzt bin ich gestunt, weil... Herr Arsch. Ah, Heiler, ich glaube, das wird sich wieder daran hingehen, dass wir irgendwie ganz klein kaputt machen und dann hier die hier wieder versammeln in die richtige Meute und dann irgendwie... Ja, aber mir sind sie schon durchgelockt, bis hier hin zu mir, meine Mutter. Das heißt, dass die irgendwie Fallen drücken fast rechtlich. Ein Paladines gefallen. Äh, die drücken ganz schön, die Jungs. Ein Paladines gefallen. Ach, die Oga kriege ich ja auch nicht klein gerade. Ja, komm, stirbt wenn ich jetzt ein Oga. Ein Oga ist schon mal weg. Komm, alle Resetten, schneller. Das ist schön. Ah, das ist ein... Kleiner grüner Kobold. Ja, da sind wir ja die Highlighter dazwischen, gell? Oh, Trolle sind auch noch dazwischen. Mhm. Das ist gut. Oh, ist die Kleine. Ach, du Kacke. Das ist alles weg. Das wird jetzt allebei übel. Ach, das verteidige eigentlich auch so viel. Du kannst... Ja, ich hab... Ja, mich hat's jetzt gerissen. Abschelst du. Ja, weil es sind so viele Trolle. Ein Kobenschütze ist aus der Gefängnis. Ein Kobenschütze ist gefallen. Bei dir kommen sie jetzt... Ah, ne, da sind sie nur noch hier. Ah, jetzt wäre ich die ganze Zeit gestunnt. Okay, GG. Cool. Schwarz. Oh, lecker mir. Ja, klar. So, nur noch deine Troll da. Es gibt da schlecht die Runde das Mal. Was ist jetzt? Da ist das Spiel wahrscheinlich gerade ein bisschen abgeschmückt. Ja, dann mache ich gerade noch deine Troll... Nein, also in der Spaltgfall. Fuck. Perfekt. So, ich sehe immer noch ein schwarzes Spiel. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligern. Bis zu sehen. Ich hoffe ja genauso viel Spaß wie wir. Haut rein, genießt den Tag und... Tschüss.